hi mein name ist dominik braun und dieses video ist der achte teil meiner videoserie wordpress lernen in dieser neunteiligen videoserie geht es darum ein grundverständnis für das content management system wordpress zu entwickeln damit ist man in der lage ein grundgerüst seiner webseite aufzubauen und kann dann gezielt nach bestimmten informationen oder weiteren tutorials suchen diese videoserie eignet sich besonders gut um parallel unter zu hilfenahme meines buches eine eigene webseite zu erstellen gleichzeitig kann aber auch jeder der das buch nicht besitzt zahlreiche dinge aus den folgenden videos mitnehmen im achten teil der serie geht es jetzt um die letzten anpassungen das bedeutet dass ich folgende fragen unter anderem beantworten werde wie kann ich ein profilbild erstellen das automatisch bei kommentaren von mir eingeblendet wird was muss ich beachten bevor ich meine webseite live schalte welche finalen einstellungen muss ich vornehmen wie füge ich eine professionelle e mail adresse hinzu bevor ich jetzt in das achte video hinein starte sozusagen möchte ich erst mal ein paar kleinigkeiten zeigen die ich in der zwischenzeit selbst heimlich im stillen kämmerlein sozusagen geändert habe hier an der webseite weil das wollte ich nicht im video zeigen das hätte zu viel zeit in anspruch genommen das habe ich jetzt in der zwischenzeit selbst gemacht aber ich möchte das zumindest kurz erläutern das erste was ich gemacht habe ist ich habe die seiten und die blogbeiträge die noch nicht formatiert waren die habe ich in der zwischenzeit formatiert ich habe 12 links eingefügt was aber jetzt nicht unbedingt so spannend ist das spannende ist die startseite denn da habe ich ein bisschen herumgeschraubt sozusagen und die sieht definitiv anders aus als beim letzten mal als wir sie noch mit dem page bilder zusammengebaut haben denn ich habe einen ganz entscheidenden fehler sage ich mal gemacht oder ich habe etwas übersehen auf die schnelle weil sich das interface dieses plugins in der zwischenzeit geändert hat und ich habe den parameter den ich einstellen wollte den habe ich einfach nicht gefunden auf die schnelle und dann auch unter dem druck unter dem man steht wenn man so ein video dreht und es geht hier um diesen innenabstand ich habe hier die ganze zeit an dem außenabstand herum gedreht außenabstand unten damit kann man nur regeln wie viel abstand das nach unten ist von einem element aber ich wollte auch nach oben den abstand regeln und das habe ich nachträglich eingestellt betrifft diese erste zeile dieses erste element und wenn wir uns das jetzt mal anschauen dann sieht die startseite so aus das bild das habe ich in der zwischenzeit auch getauscht oder ich habe einfach eins genommen wo die deck kraft von diesem schwarzen nicht ganz so stark war das heißt man kann den hintergrund besser durchschimmern sehen also das bild ist ein anderes und und wie gesagt diesen innenabstand oben unten habe ich verändert und jetzt sieht das so aus wie es mir in der skizze auch vorgenommen habe wir haben hier noch einen zusätzlichen button den hatte ich ursprünglich nicht geplant aber den habe ich dann doch einfach mal hinzugefügt jetzt kontakt aufnehmen und der rest sieht dann so aus und das kommt dem ursprünglichen entwurf wie ich ihn auf dem zettel hatte schon sehr sehr nah ich schließe das mal wieder auch die seiten kann ich schließen und ich gehe in den customizer dem werden wir uns jetzt ausführlich noch mal widmen um ein paar einstellungen vorzunehmen zu aller allererst bei farben habe ich in der zwischenzeit hier noch wirklich ganz original getreu die farben aus unserem corporate design hier eingestellt aber das war jetzt auch kein großer aufwand den rest den werden wir jetzt zusammen einstellen ich gehe mal hier auf dieser seite hier auf blog oder vielleicht sogar auf die über mich seite das ist auch alles in der zwischenzeit neu eingestellt worden da habe ich jetzt ein paar bilder noch hinzugefügt und habe das ganze formatiert ich habe die seite aber deshalb geöffnet weil ich noch mal darauf hinweisen wollte unser erstes manko was wir hatten was wir jetzt bei den weiteren anpassungen oder bei den letzten anpassungen noch korrigieren werden das ist das problem mit der schriftgröße bei dem normalen fließtext da ist die schrift einfach viel zu klein und ich will erstmal schauen genau global ist auch die erste option wo wir was schrauben können sozusagen ich gehe auf typografie basistypografie und die hier die stelle ich auf 18 ein der lädt jetzt ein bisschen in der vorschau und die schriftgröße die gefällt mir schon viel besser was mich so ein bisschen noch stört ist der zeilen abstand der ist mir ein bisschen zu groß das nennt sich hier zeilen höhe das stelle ich auf 1,5 und dann lasse ich das so für das erste denke ich man kann übrigens über diesen button hier diesen pfeil sozusagen resetten das heißt die einstellung die am anfang da war die wird dann wieder hergestellt das funktioniert jetzt aber nur bei diesem theme so muss nicht heißen dass es bei anderen themes auch so funktioniert ich speichere das ganze sofort ab und damit haben wir schon mal unser problem mit der schrift gelöst das nächste sind die überschriften auch da werden wir ein bisschen nachbessern sozusagen dazu gehe ich auf die startseite schaue mir die an und das wird jetzt komischerweise nicht ganz korrekt angezeigt aber wenn ich aus dem customizer raus bin sollte das eigentlich wieder normal angezeigt werden dieser text hier sollte nicht mit dem bild überlappen also also mir geht es jetzt darum dass die überschrift hier oben unsere h1 überschrift dass wir die noch einen ticken größer machen die stellen wir auf 45 und die h2 überschrift auf 35 h3 auf 28 das sollte erstmal genügen die anderen bearbeite ich jetzt erstmal nicht hier ist noch ganz typisch vererbt das bedeutet dass man häufig einstellungen machen kann zu der typografie wenn man das text wenn man dieses drop down menü nicht verändert und einfach so lässt wie es hier ist dann greift er die globalen einstellungen ab die wir gemacht haben das heißt die schriften die wir eingestellt haben die werden dann einfach übernommen man könnte die also individuell für bestimmte elemente einstellen wenn wir nichts einstellen dann wird das einfach von den globalen einstellungen übernommen also typografie sind wir fertig farben haben wir auch eingestellt container schaue ich mal rein aber da war nichts zu machen also das geht darum bei container kann man jetzt einstellen wie groß ist diese box hier weil wir diesen rand auf der linken auf der rechten seite haben bei buttons werde ich jetzt aber noch mal was verstellen und dazu werde ich auf jeden fall mein corporate design benötigen das öffne ich hier gerade mal so die textfarbe die hätte ich gerne weiß bei den buttons und die hintergrundfarbe da hätte ich gerne ich probiere erstmal das hellblau vielleicht nehme ich aber auch das orange so kopieren und einfügen so es ist jetzt natürlich dummerweise kein button da wo man sich das anschauen kann die buttons die ich auf der startseite habe die habe ich manuell erzeugt das heißt da konnte ich sowieso individuell die farbe auswählen aber bei allen möglichen buttons können ja mal bei dem kontaktformular gucken da müsste ein global erzeugter button sein genau dieser hier unten der ist blau und wenn man mit der maus drüber fährt dann wird er orange wir lassen das jetzt einfach mal so ich klicke auch hier wieder auf veröffentlichen und wir gucken weiter was wir im customizer noch so anpassen können der header bilder also da haben wir jetzt logo das möchte ich mal zeigen in meiner bilddatenbank ist mittlerweile ein logo hochgeladen das habe ich in der zwischenzeit hochgeladen das heißt ich kann das jetzt einfach hier aus der mediathek auswählen jetzt muss ich mal schauen dass ich die richtige auflösung habe 200 mal 200 ja auch das ja das ist glaube ich beides 200 mal 200 man kann jetzt hier diese größe bestimmen bild zuschneiden und dann haben wir hier oben dieses logo von massimiliano mustermann was mich ehrlich gesagt am anfang auch schon gestört hat das werden wir jetzt noch korrigieren das ist der untertitel der webseite der wurde vorher nicht angezeigt den möchten wir jetzt anzeigen also der taucht dann hier unterhalb des titels einfach auf wenn wir mögen können wir das logo auch verkleinern und vergrößern bis es uns gefällt ich denke 120 ist eigentlich eine ganz gute größe klicke wieder auf veröffentlichen um das ganze zu speichern und jetzt gibt es noch eine sehr spannende sache die nennt sich nicht logo die nennt sich icon aber ich werde genau dasselbe logo auch dafür benutzen nämlich wenn wir hier oben mal schauen dieses wordpress w was hier auf diesem aufgeklappten reiter in unserem browser von also in unserem chrome jetzt angezeigt wird in unserem internet browser das ist einfach voreingestellt wenn man keine einstellungen vornimmt dann wird immer von wordpress dieses w angezeigt wenn jemand die webseite benutzt natürlich wäre es viel schöner wenn jemand unsere webseite besucht dass er unser logo zu sehen bekommt da oben dass er auch da schon mal einen eindruck hat ja hier bin ich richtig deshalb mache ich auch das gleiche 512 x 512 hat er mir da als größe vorgeschlagen muss man schauen irgendwo hier habe ich dieses logo auch in 512 x 512 genau dann nehmen wir das doch und hier unten sehen wir schon in dieser vorschau da wird das schon angezeigt wie es später aussehen wird ich klicke jetzt auf veröffentlichen und früher oder später müsste er das dann jetzt hier oben auch aktualisieren dass wir auf dem geöffneten reiter dann immer dieses logo von massimiliano mustermann angezeigt bekommen das sollte es jetzt für den header gewesen sein da werde ich sonst nichts mehr verändern ich schaue jetzt nochmal bei design aber nein da werde ich nichts verändern auch hier nichts block das ist jetzt nochmal ganz spannend weil auch da gab es einen punkt über den ich gestolpert bin ich will gerade noch mal schauen menü 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 ne das kommt später ok genau also bei block da gab es einen punkt über den ich gestolpert bin nämlich diese textauszüge ich kann das nochmal demonstrieren und zwar hatte ich es ja so eingestellt dass ich bei jedem blockbeitrag einen weiterlesen tag manuell eingefügt hatte und mich dann gewundert habe dass dieses weiterlesen hier nicht mehr angezeigt wird also ich kann hier unten habe ich diese möglichkeit ich kann entweder textauszug auswählen oder gesamter inhalt gesamter inhalt bedeutet dass das theme automatisch den gesamten inhalt anzeigt wenn ich aber einen manuellen weiterlesen tag einfüge dann wird der text an dieser stelle unterbrochen und man kann dann auf diesen weiterlesen button klicken um den rest von diesem text zu lesen so wollte ich das haben deshalb stelle ich das auch so ein dann hier bei diesen meter information kann ich über dieses auge aber das ist wirklich auch nur bei diesem team jetzt so dass ich über dieses auge regeln kann welche informationen hier noch angezeigt werden also von wem der geschrieben wurde welche kategorie der hat und dass man kommentar verfassen kann das mit dem kommentar das würde ich gerne rausnehmen und ansonsten könnte ich hier zum beispiel auch einstellen ob das beitragsbild angezeigt wird oder nicht aber ich persönlich finde das mit auf jeden fall besser und speicher das direkt ab so das waren jetzt erstmal die blog archive das heißt die übersicht seite wenn ich jetzt einen hier an klicke ein blogbeitrag um den zu öffnen dann haben wir den einzelbeitrag und wir sehen da müssen wir das jetzt auch noch mal individuell einstellen das heißt diese sache hier mit diesem kommentar die gefällt mir einfach nicht die nehme ich raus und speicher damit hätte ich das auf jeden fall auch schon mal erledigt und gehe zurück seitenleiste da werde ich jetzt nichts groß dran verändern der footer bilder genau da hatte ich auch so bisschen probleme gehabt da hatte ich auf die schnelle so was zusammen gebastelt gehabt man kann das schöne einrichten und das werde ich auch machen ich hatte nämlich nicht gesehen dass man hier auch vier widgets in einer zeile unterbringen kann die dann alle nebeneinander stehen das heißt das kann man hier einstellen und zwar bei die sein glaube ich beziehungsweise nein ich muss hier links das anklicken und jetzt kann ich einstellen wie viele spalten diese zeile hat es sollen vier sein die sollen gleichmäßig verteilt sein und jetzt kann ich hier in jede spalte ein widget hinzufügen also widgets 1 2 3 und 4 das werde ich ja das werde ich jetzt einfach direkt machen weil sonst vergesse ich das am ende vielleicht also wir gehen über design in unseren widget bereich und jetzt haben wir hier vier footer bereiche für die widgets und die suche die ziehen wir vom zweiten in den vierten und die kontaktinformationen die werden wir gleich in den zweiten tun vorher die social icons vom zweiten in den dritten bereich und die kontaktinformationen vom ersten in den zweiten bei den widgets ist es übrigens so man muss hier nichts abspeichern das ist dann automatisch sofort übernommen so dass wir direkt wieder zurück können in unseren customizer um weitere einstellungen und anpassungen vorzunehmen wir waren gewesen beim footer bilder genau das heißt wir können weitermachen beim menü und da muss ich jetzt erstmal schauen ja ich glaube mit der farbe wollte ich was ändern aber das hat er glaube ich auch schon footer menü da gibt es nichts dran zu verbessern das header menü das sieht an sich auf jeden fall auch gut aus neues menü erstellen will ich auch nicht jetzt muss ich mal gucken irgendwie irgendwo habe ich hier noch was zum menü einstellen können widgets werde ich nichts dran schrauben homepage einstellungen die haben wir auch schon über die einstellungen in wordpress gemacht zusätzliche css und yoast seo das können wir auch ignorieren das heißt das einzige was ich jetzt noch machen wollte das befindet sich im header bilder und zwar unser primäres menü da würde ich jetzt gerne noch was einstellen bei design müsste das sein oder genau es gibt diese hofer effekte hofer bedeutet wenn man mit der maus über ein element drüber fährt da ist im moment keins ausgewählt das bedeutet wenn ich hier jetzt einfach drüber fahre dann ändert sich nur die farbe ich möchte aber dass es eine unterstreichung gibt wenn ich jetzt hier drüber fahre dann ist immer so ein strich unter dem element wo ich mich gerade drauf befinde das gefällt mir eigentlich sehr gut weil das sehr gut passt zu dem gesamten design für das ich mich entschieden habe hier bei massimiliano mustermann und farben und so geschichten die lasse ich jetzt einfach so dass ich an der stelle jetzt mit dem customizer fertig bin ich gehe jetzt wieder zurück nachdem ich alles gespeichert habe über dieses kreuz das nächste was ich jetzt zeigen möchte ist wie man eine professionelle e mail adresse bei seinem web hosting anbieter anlegt das läuft jetzt nicht über diese oberfläche hier von wordpress ab sondern eben über unseren web hosting anbieter das heißt in unserem fall site ground eine kleinigkeit will ich vorab aber noch zeigen und zwar wenn wir auf die kontaktseite gehen von massimiliano mustermann dann sehen wir er hat als e mail adresse info at massimiliano minus mustermann.com angegeben das heißt genau diese e mail adresse möchten wir jetzt gerne erstellen dazu gehe ich jetzt auf site ground in die site tools meiner webseite also in diesem fall massimiliano mustermann.com und klicke auf der linken seite auf e mail dann auf accounts und jetzt kann ich einen account erstellen hier steht schon ad massimiliano minus mustermann.com das heißt ich muss hier nur noch das ergänzen was vor dem ad zeichen dastehen soll das ist in meinem fall info ich gebe rechts dann ein passwort ein und klicke auf create damit ist das postfach sozusagen für die e mails von massimiliano mustermann erstellt und wir können uns direkt im nächsten schritt einloggen das funktioniert auf dem schnellen weg hier unten über actions login to web mail ich möchte aber auch noch zeigen wie man das alternativ machen kann wir geben ein massimiliano minus mustermann.com dann slash und dann nicht wp-admin so wie wir es machen wenn wir uns bei wordpress einloggen wollen sondern wir geben webmail nach dem slash ein und dann gelangen wir zu diesem fenster jetzt die e mail adresse info at massimiliano minus mustermann.com das passwort und dann auf login und so sieht unser e mail bereich dann aus das war es eigentlich schon mit dem einrichten an sich es gibt zwei wichtige sachen die ich an der stelle zeigen möchte das erste sind die forwarders das heißt man kann hier einstellen einstellen an welche e mail adresse die e mails weitergeleitet werden zum beispiel info at massimiliano muss minus mustermann.com so das ist sein geschäftlicher account aber vielleicht hätte er ja gerne dass alle mails die an diese e mail gehen auch weitergeleitet werden an seinen privaten e mail account und das könnten wir hier dann einstellen indem wir zum beispiel sagen es soll alles weitergeleitet werden an info at dominic minus braun.net gehen wir einfach mal davon aus dass das jetzt hier seine private e mail adresse wäre und damit haben wir das kreiert ich werde das jetzt allerdings wieder löschen weil ich die nicht an meine info at dominic braun.com gesendet haben möchte ich will noch was zeigen und zwar wenn wir jetzt hier auf mail klicken dann sehen wir unser postfach und hier würden wir dann einfach die e mails sehen die hier hingeschickt werden an massimiliano mustermann und die optionen sind einfach die die man so kennt settings sind noch ganz wichtig weil man hier einstellen kann was für dinge angezeigt werden also wenn massimiliano mustermann ohne dieses minus wenn massimiliano mustermann eine e mail verschicken möchte oder wenn er sie empfängt macht es keinen sinn wenn er welche verschickt was dann angezeigt wird das heißt angezeigter name massimiliano mustermann ich möchte kurz erklären was es mit dieser identität auf sich hat und zwar sagen wir einfach mal massimiliano mustermann schickt mir eine e mail und wenn ich jetzt in mein postfach gucke bei meinem e mail provider dann sehe ich nicht nur seine e mail adresse die angezeigt wird bei absender sondern es wird auch automatisch sein name angezeigt weil das eben beides miteinander verknüpft ist sein name und seine e mail adresse so massimiliano-mustermann.com organisation ja keine ahnung den rest kann man so lassen wie man also kann man zur not leer lassen was noch ganz spannend ist das sollte man irgendwie dann noch ausfüllen ist die signatur also massimiliano dieses wort ist echt schwer zu schreiben muss ich an der stelle sagen vor allen dingen wenn man 30 grad zimmertemperatur hat im sommer wird das umso schwieriger massimiliano mustermann massimiliano mustermann und dann vielleicht noch sein slogan bewerbungs coaching für einzel teilnehmer und gruppen was ich noch ganz gerne mache ist ich nehme diesen abstand mal hier raus dass ich davor irgendwie noch so einen künstlichen strich erzeuge dass man sieht dass es einfach eine trennlinie ist das speicher ich ab und damit ist jetzt folgendes bei jeder e mail die er schreibt wird automatisch unten diese signatur angezeigt also das wirkt einfach professionell man könnte ich glaube das ist auf jeden fall auch noch ganz gut nicht nur der name und den slogan sondern auch seine seine webseite dort anzugeben das sollte es gewesen sein ich logge mich jetzt einfach hier wieder aus damit ist dieser e mail account von massimiliano mustermann eingerichtet ich werde jetzt als nächstes noch etwas hier in wordpress direkt vornehmen und zwar ist es so wir haben jetzt unsere e mail eingerichtet wir müssen aber noch ein paar sachen hier auf unserer webseite einrichten und fangen dabei an mit den einstellungen und zwar hatten wir ja ganz am anfang festgelegt dass unsere webseite von suchmaschinen nicht gefunden werden soll weil sie sich ja noch im aufbau befindet wir sind jetzt aber an dem punkt wo wir fertig sind das heißt wir können dieses häckchen rausnehmen dann gibt es noch eine ganz spannende sache die man machen kann wenn man das plugin yoast seo installiert hat man kann für seiten individuell einstellen dass sie nicht gefunden werden sollen von suchmaschinen beim datenschutz habe ich das schon eingestellt heimlich still und leise bei der seite impressum werde ich mal vorführen wie das funktioniert wir öffnen also die seite und scrollen dann ganz 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 weit runter bis wir zu diesen optionen von yoast kommen und wir sind schon in dem reiter seo drinnen und klicken jetzt hier auf erweitert und jetzt können wir hier einstellen sollen suchmaschinen links auf dieser seite folgen no erlaube suchmaschinen diesen seite in den suchergebnissen anzusetzen das ist so ein mischmasch irgendwie aus deutsch und englisch auf jeden fall kreuzen wir hier nein an und damit wird diese seite nach wie vor nicht von google gefunden obwohl wir eingestellt haben dass die gesamte seite gefunden wird aber diese spezielle unterseite wird nicht von google gefunden der grund ist folgender eine suchmaschine wie google die analysiert eine seite nach wörtern also nach dem vokabular und hier kommen sehr viele rechtliche sachen drinnen vor sehr viele rechtliche begriffe und google würde wahrscheinlich also künstliche intelligenz ist das stichwort diese webseite dann irgendwie einordnen im bereich juristische sachen irgendwie was natürlich nicht der fall ist weil massimiliano mustermann ja kein rechtsanwalt ist sondern ein bewerbungscoach deshalb macht es durchaus sinn diese seiten bei den suchmaschinen vom index herauszunehmen so dass die suchmaschinen diese seiten nicht finden können und sie sozusagen dann auch nicht in ihren ergebnissen anzeigen werden so ein letzter schritt den wir jetzt noch machen müssen um unsere seite wirklich ultimativ live zu schalten ist indem wir dieses plugin was wir ja mal installiert haben coming soon das werden wir jetzt deaktivieren damit nicht mehr dieses diese webseite entsteht gerade oder irgendetwas in der art angezeigt wird wenn jemand die seite besucht sondern das eben tatsächlich da steht dass diese webseite existiert also dass man die webseite in der form sieht in der sie wirklich da ist das werde ich kurz demonstrieren indem ich mich auslogge und die webseite dann mal aufrufe und zack tatsächlich ich muss nicht eingeloggt sein um diese webseite zu sehen wir sehen alles was wir erstellt haben können jetzt hier einfach mal irgendwas anklicken eine sache möchte ich noch zeigen und zwar der finale schritt in diesem video was ist gravata ich habe in der zwischenzeit mal wieder einen cut gemacht und befinde mich jetzt wieder im dashboard der webseite von massimiliano mustermann ein entscheidender unterschied fällt auf nämlich hier wird nicht mehr mein persönliches profilbild angezeigt sondern dieses diese silhouette die ich am anfang in einem der videos mal erwähnt habe der grund ist folgender in den einstellungen bei allgemein habe ich nicht mehr meine eigene e mail adresse da sondern habt ihr jetzt geändert zu info massimiliano-mustermann.com und dieses bild was hier oben angezeigt wird das wird sozusagen übernommen ich werde das gleich zeigen wie das funktioniert die anwendung mit der man das machen kann die nennt sich gravata also setzt sich zusammen aus avatar ein avatar bild und das g das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau wo das herkommt ich möchte nämlich kurz was zeigen wofür man das braucht oder warum das gut ist ich habe nämlich in der zwischenzeit was ist ein tabellarischer lebenslauf da hat ein gewisser herr dominik braun wer auch immer dieser mann ist einen kommentar hinterlassen und ich werde im neunten video nochmal genau auf kommentare eingehen ich werde den jetzt für das erste einfach mal ganz normal freigeben nur werde mit f5 diese seite hier neu laden und dann sehen wir dass automatisch weil dieser dominik braun als er den kommentar hinterlassen hat seine e mail adresse angegeben hat info at dominik-braun.net dadurch wird automatisch bei seinem kommentar dieses bild hier angezeigt und das kann man eben einstellen über diese anwendung gravata das heißt nicht nur bei kommentaren sondern auch wenn wir uns im dashboard bereich befinden wird immer ein definiertes bild angezeigt welches das ist das können wir selbst definieren für massimiliano mustermann könnten wir zum beispiel sagen dass das das logo sein soll was wir erstellt haben ich gehe jetzt also auf benutzer alle benutzer auch hier sehen wir nochmal hier kann man theoretisch ein bild dann sehen hier werden alle benutzer angezeigt die sich in diese webseite einloggen dürfen das heißt man könnte hier theoretisch auch benutzer neu hinzufügen also wenn man irgendwie angestellte in seinem unternehmen hat die nur blogbeiträge schreiben dürfen dann kann man die hier hinzufügen und kann den passwort und nutzungsrechte und so weiter geben ich klicke aber auf profil und gleich hier unten gibt es so einen schönen link den öffne ich in einem neuen tab da gelange ich nämlich zu gravata und da klicke ich jetzt auf erstelle deinen eigenen gravata also wir erstellen jetzt ein neues e-mail-adresse ist info at massimiliano-mustermann.com passwort und erstellen dann das konto also muss ich mich direkt nochmal in meine e-mails begeben webmail und hier haben wir so eine bestätigungs mail jetzt von gravata bekommen müssen das konto aktivieren und in dem moment sind wir jetzt hier drin und können dann in unserem profil dieses wunderschöne foto dann festlegen also dateien für tutorials massimiliano mustermann bilder logo jetzt ist die frage ich probiere es einfach mal ja kommt 200 mal 200 sollte eigentlich reichen weil das wird ja sowieso relativ klein skaliert dann mein foto ändern vorname massimiliano nachname mustermann öffentliche anzeigename ebenfalls massimiliano mustermann so jetzt könnte ich hier noch so eine kurze biografie oder sowas über ihn schreiben oder über mich je nachdem wer denn hier gerade sitzt also massimiliano mustermann schreibt auch wieder das übliche bewerbungs coaching für einzelteilnehmer und gruppen so profilangaben speichern hier oben sehen wir schon dass das ganze hier gespeichert wurde jetzt bin ich mal gespannt eigentlich müsste er es jetzt auch schon übernehmen sobald ich mich hier auslogge und wieder einlogge und wir sehen tatsächlich hier rechts oben haben wir jetzt unser schönes logo wenn wir jetzt einen beitrag kommentieren werden oder würden dann würde dieses logo auch angezeigt werden genauso wie hier dieses bild bei dominik braun angezeigt wird kommentare oder wie man beiträge kommentiert das werden wir im neunten teil der videoserie jetzt gleich noch sehen für die leute die mein buch noch nicht kennen habe ich unterhalb des videos in der beschreibung einen link hinterlassen ich würde mich freuen wenn wir uns im neunten teil der videoserie wiedersehen